Kronos ist nicht dumm. Er weiß, in welchem Moment ein Mann am verletzlichsten ist, also wartet er auf den göttlichen Orgasmus. Und als es soweit ist, gibt er seinen Brüdern ein Zeichen, greift mit der linken Hand nach Uranos riesigem Gemächt und mit der rechten haut er es blitzschnell mit einem Hieb der riesigen Sichel in einem glatten Schnitt ab. Untertitelung des ZDF, 2020